Ausgangspunkt ist diese Schlagzeile, die über Perlen des Lokaljournalismus geteilt wurde. Hochhaus gewonnen, Borussia Dortmund schlägt Wolfsburg. Ja, Hochhaus gewonnen, wirklich sehr schöner Verschreiber, finde ich. Je nach Reihenfolge haben wir da also zwei unterschiedliche Wörter und natürlich auch unterschiedliche Bedeutungen, wie wir dann an den Paraphrasen sehen können. Beide Konstituenten, Haus und Hoch, sind Wörter. Anders als bei der Derivation werden hier keine Affixe wie Ver oder Heid angehängt. Wir können die Komposition vereinfacht als Zusammensetzung zweier Wortstämme definieren. Theoretisch kann man sogar das gleiche Wort zu einem sogenannten Autokompositum zusammensetzen. Ich habe zum Beispiel bei mir daheim so viele Tüten, dass ich die dann alle in eine andere Tüte getan habe. Also sozusagen eine Tütentüte. Wie wir an dieser Gegenüberstellung sehen, ist es immer das Zweitglied, das über die Wortart des Kompositums bestimmt. Aus hoch ist ein Adjektiv, Hochhaus ein Substantiv. Viele Komposita bestehen aus zwei Substantiven oder auch aus einem Verbstamm und einem Substantiv. All diese Beispiele haben gemeinsam, dass das erste Glied das zweite Glied näher bestimmt. Durch das Kompositum Apfelsaft zum Beispiel wissen wir, dass es sich nicht um irgendeinen Saft handelt, nicht um einen Orangensaft oder einen Traubensaft, sondern eben um einen Apfelsaft. Das Bestimmungswort und das Grundwort fügen sich zu einem sogenannten Determinativkompositum zusammen. Wir haben bei Determinativkomposita meist ein endozentrisches Bedeutungsverhältnis. Das heißt einfach, ein Hochhaus ist ein Haus. Genauso wie ein Affenhaus, ein Parkhaus, ein Steinhaus oder ein Baumhaus. Auch wenn das natürlich alles ganz unterschiedliche Häuser sind und wir auch verschiedene Relationen zwischen den beiden Konstituenten haben. Das ist jetzt zugegeben ziemlich banal. Wahrscheinlich denkt ihr euch, ist das nicht immer so. Aber wir können auch ein exozentrisches Bedeutungsverhältnis haben. Stellen wir uns mal sozusagen die Menge aller Köpfe vor. Auch hier können wir endozentrische Komposita bilden, wie etwa Hundekopf oder Menschenkopf. Das sind natürlich beides Köpfe. Bei dem Wort Dummkopf ist es aber anders. Denn damit bezeichnen wir ja keinen Kopf, sondern einen ganzen Menschen, der dumm ist. Man sagt ja nicht, du hast einen dummen Kopf, sondern eben du bist ein Dummkopf. Hier liegt also das mit dem Kompositum bezeichnete außerhalb des Grundwortes. Wir sprechen wie gesagt von exozentrisch. Ähnlich funktionieren ja auch Schlaukopf oder Hitzkopf. Manchmal geht aber auch beides. Ein Lockenkopf kann einen Kopf mit lockigem H bezeichnen. Dann hätten wir ein endozentrisches Kompositum. Allerdings wird dieses Wort ja meistens so gebraucht, dass wir damit den ganzen Menschen bezeichnen. Dann ist es wie die anderen Beispiele exozentrisch. Man spricht in solchen Fällen von exozentrischen Possessivkomposita. Häufig werden sie auch als Untertyp der Determinativkomposita gesehen, denn auch sie bestehen aus einem Bestimmungswort und einem Grundwort. Neben dem exozentrischen Bedeutungsverhältnis wird hier aber typischerweise ein Besitz- oder im weiteren Sinne Eigenschaftsverhältnis ausgedrückt. Deshalb eben Possessiv. Das sehen wir besonders gut an dem Beispiel Rotkehlchen. Ein Rotkehlchen ist kein Kehlchen, sondern eben ein Vogel mit einem roten Kehlchen. Wir haben also häufig eine Pars-Pro-Toto-Relation, also eine Teil-Ganses-Relation. Das Kehlchen des Vogels steht für den ganzen Vogel. Diese Vorgehensweise ist, wie bei Dummkopf, beliebt, um Menschen zu beleidigen. Ich habe hier mal einige Beleidigungen oder abwertende Bezeichnungen versammelt, die einen Körperteil als Zweitglied haben. Natürlich jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Viele davon sind jetzt ziemlich harmlos. Das kann aber durchaus auch zu rassistischen Begriffen führen. Also Possessiv-Komposita wie Rothaut oder Schlitzauge reduzieren die bezeichnete Gruppe auf ein vermeintlich vorhandenes körperliches Merkmal. So, die beiden bisherigen Typen, die hatten ja jetzt immer ein Grund und ein Bestimmungswort. In unserem dritten Typ ist es jetzt aber nicht so. Ein Kopulativ-Kompositum ist nicht subordinierend, also nicht über-unterordnend, sondern koordinierend, nebenordnend. Hier stehen also die beiden Bestandteile gleichberechtigt nebeneinander. Theoretisch könnten wir sie auch austauschen, also etwas statt süß-sauer, sauer-süß sagen. Das hört sich jetzt aber komisch an, im Normalfall ist die Reihenfolge konventionalisiert. Kopulativ-Komposita können in seltenen Fällen sogar auch mehr als zweigliedrig sein, wie Beispiele wie Schwarz-Rot-Gold zeigen. Wie man hier ja auch sieht, werden sie häufig mit Bindestrich geschrieben. Man kann sie häufig mit UND paraphrasieren, was bei Determinativ-Komposita natürlich nicht geht. Süß-sauer bedeutet süß und sauer. Hier hätten wir also ein endozentrisches Bedeutungsverhältnis. In anderen Fällen ist es aber schwieriger. Auch das Wort Strumpfhose wird meistens als Kopulativ-Kompositum gesehen. Allerdings ist fraglich, ob die Paraphrase Strumpf und Hose hier jetzt wirklich treffend ist, oder ob eine Strumpfhose nicht eher was Drittes, was Neues ist. Demzufolge hätten wir hier ein exozentrisches Bedeutungsverhältnis. Allerdings in einer Befragung, die in den 90ern durchgeführt wurde, haben die meisten befragten Personen eine Strumpfhose eher als Hosen-ähnlich betrachtet, in dieser Lesart hätten wir also auch hier ein Determinativ-Kompositum. Ich habe einfach mal eine Umfrage bei Instagram gestartet und gefragt, ob eine Strumpfhose als Strumpfhose beides oder nix davon bewertet wird. Bei 44 Stimmen ist das Ergebnis jetzt nicht repräsentativ, hier dominiert aber klar die Kopulative-Lesart. Für die Hose haben sich hier nur wenige entschieden, weshalb ich noch eine Anschlussfrage gestellt hatte, bei der man sich nur zwischen Strumpf und Hose entscheiden konnte. Aber auch hier sieht es eigentlich ziemlich ausgeglichen aus, das hat mich überrascht. Die Methodik in der erwähnten Umfrage war ein bisschen anders, vielleicht lassen sich so die Unterschiede erklären. Man kann aber jedenfalls sagen, dass bei manchen Komposita der Übergang fließend und von der Interpretation abhängig ist. Jetzt nochmal die drei besprochenen Kompositionstypen im Überblick. Wenn wir ein nebengeordnetes Verhältnis haben, haben wir ein Kopulativ-Kompositum. Bei einem überunterordnenden Verhältnis schauen wir uns an, ob ein Endo- oder ein exozentrisches Bedeutungsverhältnis vorliegt. In den meisten Fällen ersteres, das endozentrische Determinativ-Kompositum ist der mit Abstand häufigste Typ. Manchmal haben wir aber auch ein exozentrisches Possessiv-Kompositum. Also in diese drei Typen können wir eigentlich die meisten Komposita einordnen. Es werden teils aber auch noch weitere angesetzt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. In den Anmerkungen bzw. in der Beschreibung habe ich aber noch ein paar Zeilen dazu geschrieben. Zum Schluss aber nochmal zurück zu der Schlagzeile bzw. zum Wort haushoch, das hier ja gemeint war. Denn vielleicht ist euch aufgefallen, dass haushoch hier gar nicht im wörtlichen Sinne benutzt wird. Haushoch gewonnen bezieht sich ja jetzt gar nicht auf eine räumliche Höhe. Man kann haushoch also hier nicht unbedingt mit hoch wie ein Haus paraphrasieren, sondern einfach mit sehr hoch. Trotz dieser metaphorischen Verwendungsweise bleibt es natürlich ein Kompositum. Tja und metaphorisch gesehen steckt ihr jetzt knietief im Morass der Wortbildung. Falls ihr in diesem Bereich zu Schlauköpfen werden wollt, findet ihr dazu weitere Videos auf diesem Kanal.